Hallo Elektronik-Freunde, hier mal ein sehr kurzes Update zu meinem 3D-Drucker und zwar geht es um folgendes, ich hatte ja ganz zu Anfang, wo ich diesen 3D-Drucker zusammengebaut habe, dann irgendwann einen Lüfter für das Bauteil sozusagen hier angebracht und dazu gab es hier diese Vorlage von so einem Halter und hier dieser Lüftungsring. Der Halter ist mir jetzt kaputt gegangen und zwar hatte ich ja damals auch oder seinerzeit gesagt oder gezeigt, dass der sehr schlecht gedruckt wurde. Warum? Weil ich eben keinen Lüfter hatte zu der Zeit und was mir auch noch passiert ist, ist dieser Ring, da sieht man hier, der ist verschmort und zwar deshalb, weil nämlich dieser Halter und also zusammen mit dem Lüfter und diesem Ring nicht hundertprozentig sitzt bzw. ja platziert ist. Ich will das mal kurz zeigen, ich gehe hier mal kurz runter an den Extruder und zeige das mal kurz. So, ich habe jetzt mal diesen alten Halter und auch diesen alten Ring hier, diesen Lüftungsring hier angebracht mit dem Lüfter hier oben und man sieht jetzt an dieser Stelle, dort berührt er fast schon den Extruder, also er berührt ihn und deswegen ist der da kaputt gegangen oder eben verschmort und das liegt einfach daran, mal kurz hier nochmal rauszoomen, dass die Position des Lüfters hier, diese Position, die ist zu weit links, die muss ein Stück rüber, also um genau genommen, also ich habe es mal nachgemessen, also 5,5 Meter muss das Ding rüber und deswegen habe ich jetzt folgendes gemacht, ich habe mir einen neuen Halter kreiert und auch gleich ausgedruckt und dazu natürlich auch gleich hier diesen Ring und jetzt passt das auch, ich tausche das jetzt mal aus bzw. ich zeige jetzt mal ganz kurz nochmal hier diesen alten Halter, man sieht jetzt hier übereinander, der kommt ja so rein, dass hier dieser Steg zu weit links ist, ich habe den jetzt also nach rechts verschoben, den anderen natürlich auch, da wo der Lüfter montiert wird und jetzt passt das alles. Ich werde mal jetzt hier den Lüfter an den neuen Halter anschrauben und auch diesen Lüftungsring sozusagen und dann zeige ich das gleich nochmal und dann sieht man auch den Unterschied. So, hier mal dieser neue Ring und man sieht, da geht nichts vom Extruder an den Ring oder so und auf der anderen Seite kann ich auch nochmal hier alles zeigen und zwar, wo ist er da jetzt, da, also da ist auch alles frei und da auch so, dass der Ring einigermaßen hier in der Mitte ist und da nicht an den Extruder rankommt. Die Datei habe ich auch auf Thingiverse hochgeladen und in der Beschreibung, da steht dann der Link, wo man sich diesen Halter nochmal vielleicht neu drucken kann. Achso, was ich gemacht habe, ist ich habe hier an der Stelle und auch hier oben an dem ein Langloch kreiert, sodass man den Lüfter dann notfalls nochmal ein bisschen justieren kann, also wenn es nicht genau passt, dass man da nochmal ein bisschen hin und her schieben kann. Ja, das soll es mal hier wieder gewesen sein zu diesem 3D Drucker. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und Tschüss.